AHHHHHH Wie geil ist das denn? Auf die Map gucken, oder? Hier hinten war doch eins. Dass wenn jetzt irgendwas auf Level 11 schiefgeht, ich es nicht nochmal direkt versuchen werde, sondern wahrscheinlich dann erst in äh... Was zum? Habt ihr das gar nicht gesehen? Ohne dass sowas passiert, dass irgendein Assi in anderen ins Auto rennt. Yes! First Try! Hahaha, Doktorspieler! Was ist da? Nein! Bin ich ein guter Molotowwerfer? Ich bin ne Legende. Oh boy, in der allerletzten Sekunde. So, das heißt, wir müssen jetzt schnell ne Bullenkarre finden. Oh, das ging schnell. Ja, könnt ihr alle nicht. Wo bin ich? Ich seh nichts! Was? Die Mr. Whoopi Band? Fangt gar nicht erst damit an, ey. Jo, die Mr. Whoopi Band! Unfassbar seid ihr. Jo! Hashtag den Sensor noch mal. Vielen lieben Dank. Oh, was ist das? Würde ich konsumieren. Wirklich jetzt? Na, pass! Hallo. Ich habe jetzt super viel Zeit. Ich denke, diesmal werde ich es schaffen. Nein, 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 nein! Ich hasse mein Leben! Lol, das Spiel stürzt gleich ab. Es sind hier nur Taxen. Ruhige Minute. What? Lol! Ja, dieses Mann hat dich entdeckt, kam aber vorher nicht. Was? Warum können die Cops jetzt mal weggehen? Was macht er so? Geilste, geilste way ever! Wie geil war denn der Weg, bitte? Wie geil war denn der Kill? Die haben halt hier Uzzis, dein Wagen ist halt schneller kaputt, als du gucken kannst. Und Shotguns haben die auch. Das meinte ich mit, du darfst nie wieder nach Portland. What the fuck? Guck mal, der trübter, seht ihr das, was er da macht? Oh mein Gott, wenn der jetzt kaputt geht. Ne. LOL. Habe ich ihn gerade gerettet? Oh Gott. Oh Gott. Nein, nicht töten. Oh Gott, FBI ist da? Nicht sterben, nicht sterben. Nein. Lauf, lauf, lauf. Oh, nicht überfahren, nicht überfahren, nicht überfahren. Nein. Warum lagst du in diesem Parkhaus eigentlich immer? Ach komm schon. Scheiße. Okay, interessant. Loll, habe ich ihn gerade runtergeschossen? Loll, ich habe ihn gerade runtergeschossen. Da liegt er. Abgefahren. Mann, 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 Mann. Warum fahren hier eigentlich 400 Kurumas? Ist das Kuruma City oder? Ist schon wieder Kuruma. Guck mal, ich gucke nach rechts. Denkt mir nichts Gutes. Gucke nach links Kuruma. Loll. Und dann brauchen wir noch den Bus. Dann müssen wir noch den Bus irgendwo herkriegen. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, nein. Steig aus. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Was ist jetzt? Wie komme ich jetzt hier wieder lebend raus? No, 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 no. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Sind die da reingefahren? Die Kupps hat er reingefahren. Wie kann ich staschen? Wie kann ich staschen? Brauche ich dich zufällig noch? Ja. Hey. 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 Ja, sagt euch. Die, 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 die haben wir schon... Die haben wir schon... Hallo? What the... So, vielleicht klappt es jetzt. Bis später, Mascha. Oh, wow, wow. Stopp! Stopp! Läu! Was? Boah, hier ist die Garage. Das ist ja easy peasy, man. Das ist einfach nur ein Witz. Das ist einfach nur ein verfickter Witz, man. Nur Schläger, keine Knarren, keine Autos. Hier geht's um Respekt und Achtung. Let's go, Crack, some Skull. Komm. Put, 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 put. Ja, fein. Fein lauft ihr mir hinterher. Ja, fein. Immer schön eine Schlange bilden. Zweier rein. Händchen halten. Immer schön mitkommen. Brav. Feine Gangmitglieder. Ja. Ja. Deswegen seid ihr uns nicht gefolgt. Stark. Mhm. Ja. Sehr gut. How unlucky. Boah, wehe. Ich bin jetzt unlucky. How unlucky. Verschreiß nicht. Wo ist der Scheiß? Wo ist der Scheiß? Nee, 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 nee. Was machen die denn? Jo. Ich könnte das jetzt hier hochfahren, damit ich nicht mal, damit ich nicht mal verrecken kann. Warum brennt das? Oh, ich hab's überlebt. We have your cover. LOL. Alles entspannt. Alles entspannt. Alles entspannt. Ganz entspannt. Ich hasse mein Leben. What? Ihr müsst euch das mal ganz kurz geben. Es ist 3 Uhr. Am dritten, dritten. Und wir haben GTA 3 durchgespielt. Das fickt gerade meinen Kopf des Todes. Das ist das her. Untertitelung des ZDF, 2020